Wäre wahrscheinlich besser gewesen, in unseren Affen zu gehen, aber ja, wir machen das jetzt mit unserer kleinen Münze, denn unsere Münze ist cool. Alter, warum macht das so viel Damage? Igelsam? Gott sei Dank geht das vorbei. Wie viel macht jetzt der Sondersensor? Rosilias Spezialdefensive ist halt immer noch ziemlich gut, ne? Das macht nichts. Das macht wirklich nichts. Ja, ich glaube, wir müssen dann doch leider nochmal auswechseln. Also ich glaube auf Dauer... Ne, komm, wir heilen einfach einmal hoch. Wir haben ja jetzt genug Kumo-Milch dabei. Das Problem ist halt, warum ich drin bleiben wollte erst, ist halt Zauberblatt hat soweit ich weiß eine erhöhte Crit-Chance. War das so? Ne, Rasierblatt hat eine erhöhte Crit-Chance und Zauberblatt, kann ich daneben gehen, ne? So war das. So, und wenn sie jetzt... Jawohl, Igelsam juckt ja auch nicht mehr, weil das ja nach uns agieren würde. Das heißt, dieses Roselia ist besiegt. So, was kommt da nach rein, ist die Frage. Was hat er denn noch? Er sollte ja noch sein Plipprin... Ach Gott, bitte lass es nicht schon Empolion sein... haben. Und... Was war denn sein letztes? Hatte er einen Fulcano? Ne. Was hatte er denn? Ein Ponita. Hätten wir jetzt Erdbeben, ne? Aber es ist eigentlich okay. Das sollte Katatsumi eigentlich gut lösen können. Ich glaube nicht, dass das Ding schon Wild Charge kann. Wenn doch, dann GG. Okay, das macht nichts. Das ist gut. Die Aquarelle sollte hier das Beste sein, was wir machen können. Heula, mein Freund. Ich greife nicht physisch an. Definitiv nicht. Wie besiegen wir das Empoleon, ist die Frage. Das ist echt eine gute Frage. Das Beste ist wahrscheinlich Katatsumi und Schlammbombe. Der Stampfer wird natürlich guten Damage machen. Heieiei. Ich würde es fast sagen, ne? Ich meine, was soll er uns können? Er kann wahrscheinlich irgendwie sowas wie Metallklaue, Blubstrahl... Ah, Staravia kommt ja erst noch, ne? Ah, das ist so uncool. Ähm... Wir haben halt nichts gegen Flugpokémon, ne? Ich bin so dumm. Nein, nein, wir haben nichts gegen Flugpokémon. Keine Chance, man. Keine Chance. Keine Chance, man. What the fuck? Weil der Bedroher ist halt auch noch super nice. Und kein Doppelteam. Das ist ebenfalls super nice. Und generell, wir haben auch gegen... Ich habe Luchs komplett vergessen. Wir haben auch gegen Empolia und Luchs. Also, wir sollen das schaffen. Wir haben Luchs, wir haben gleich Krebs. Äh, wir haben, was wollte ich sagen? Unsere kleine Wasserschnecke Katatsumi. Wir haben Tempohieb noch, um eventuell zu finishen. So, der Funken-Schmuck sollte auf jeden Fall reichen. Nice. Der Krit hat, glaube ich, nicht gemattert. Und jetzt sollte Empolion oder Pliprin kommen. So, hier treffen wir... Alter. What? Sein Pliprin ist Level 36 und er hat es nicht entwickelt. Was ein Lappen. Was ist denn falsch mit dir? Okay, jetzt mal 50%. Blubstrahl kommt. Den sollten wir gerade noch so tanken. Wobei... Er kann auch kritten. Jawoll! Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Als ob er krittet. Vor allem, wir haben auch noch Dinge. Ja, okay. Das ist ja gegen ein Podium nicht so gut gewesen, aber... Ach, Mann! Natürlich, Kritte, der. Ich meine, wie könnte es auch anders sein? Alles andere ergibt ja total keinen Sinn. Was? Du willst weiss machen, dass ich verloren habe? Ich will dir weiss machen, dass du ein Lappen bist. Level 36, Pliprin. Was ist denn falsch mit dir? Puh, naja, vielleicht bist du ein bisschen stärker geworden. Das hat mich sogar verschreckt. Sonst hätte ich natürlich gewonnen. Willst du noch was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lehrling bei Herrn Marinos. Bald werde ich die ganze Welt kennen. Yay. Cool. Du krasser Typ. Ich bin total begeistert von dir. So, wohin muss ich denn jetzt? Ähm, hier. Alter, ey. Das ist so dumm. Wieso krittet das? Ich glaube echt daran, wir hätten das getankt. Gerade so, aber wir hätten das getankt. Ich glaube daran. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber... Keine Ahnung. Ich hätte einfach heilen sollen. Dann wäre es halt easy AF gewesen. Okay, wir wollten die Arena auschecken, was die für Level hier so haben. Aber wenn der Typ schon D-Level war, habe ich schon böse Befürchtungen. Marinos, der Arena-Leiter ist... Ich meine Wellenbrecher Marinos ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, seine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir wieder einen guten Kampf. Okay, wo ist denn hier der erste Gegner? Da oben. Was hast du für Level? Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestellt, auch meine Pokémon und mein Geist wurden stärker. Du krasser Typ. Du bist schon echt ein harter Dude. Planscher Pascal mit einem Bidifass. Level 32. Also ist das so das Level, auf dem wir uns bewegen. Okay. Wenn der Level 32 hat, was hat er an Marinos? Dann wird er schon so 36 auch haben. Ne, 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 Moment. Das... Da habe ich keinen Bock drauf. Auf Gana habe ich nun mal echt keinen Bock. So. Walzer? Junge, chill. Chill, bitte, chill. Der Typ macht hier keine halben Sachen. Gana Walzer. Das ist halt echt gefährlich, weil... Gana, bleibst du drin. Dann... Ah, Quagenare, GG. Dann kriegt er den ersten Walzer raus. Dann, entweder du schläfst ein oder wechselnd raus. Also kriegt er auf jeden Fall schon den zweiten Walzer raus. Hundertprozentig. Und... Dann, wenn du ihn nicht one-hit KO'st, oder von daraus dann KO'st, dann kriegt er auch noch einen dritten Walzer raus. Und der dritte Walzer, der macht schon echt gut Damage, muss man sagen. Wow, du bist noch viel stärker als unser Arena-Leiter. Alter, ich bin sogar schwächer als du vom Level her. Also bitte. Ah, ich weiß ja nicht. Sollen wir es versuchen? Das ist eigentlich schon ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Wo geht's denn überhaupt lang? Hier. Hi. Ich verfüge über die gewaltigen Kräfte des Wassers. Bilde die nicht ein, dass du gewinnen kannst. Ich bilde mir das ja auch nicht ein. Ich weiß, dass ich gewinnen kann. Also die Leute hier vor sind ja nicht so das Problem. Vor allem mit dem Welser. Pitch, please. Pitch, please. Könntet ihr auch wieder Gana einsetzen? Wir gehen trotzdem auf unser wunderschönes Cheerleader. Denn der Giga-Sauger wird das Ding halt komplett auseinanderreißen. Und das ist ein einziges Pokémon. Das heißt... Ähm, ja. Ist halt nur neutral effektiv. Wir tanken, wir locker weg. What the fuck? Okay. Alter, ich dachte schon, das überlebt jetzt auch noch. Holy shit, hat das viele KP. Holy shit, hat das Ding viele KP. Alter, stell dir vor... Intensität 9 hätte uns gekillt. Holy shit, was geht hier ab? Lockduft? Pff, vergiss es. Ist zwar in neueren Generationen cool für Massenencounter, aber... Ne. Und das Kizu siegte trotzdem, ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? So, jetzt gehe ich wieder hier drauf. Und dann kann ich hier jetzt rumlaufen. Und dann komme ich zu dem Typen hier. Ich bin um die ganze Welt gerüstet, habe mir bei Pokémon trainiert. Und in dieser Arena habe ich mich letztendlich niedergelassen. Du kannst darauf wetten, dass dies eine schwere Arena ist. Vom Körpergewicht der Leute auf jeden Fall. Lol. Depp. Ja, ist mal schön, das Mikro verprügelt beim Deppen. Nice. Level 31. Vielleicht schaffen wir die Arena. Es wäre natürlich cool, wenn wir mit allen Pokémon wenigstens auf Level 30 wären. Aber okay, was willst du machen? Flügelschlag kommt. Aquavelle. Warum setzt du Aquavelle gegen einen... Ich ignoriere es einfach. Wieso macht das so viel Schaden? Okay, ich glaube, wir hätten den Blubstrahl nicht getankt. Sind wir mal ehrlich. Ich glaube, wir hätten den Blubstrahl nicht getankt. Natürlich kredet er uns. Jawoll. Ja, moin. So gehört sich das doch. Richtig nice. Der Funkensprung nimmt ihn natürlich locker auseinander. Alles andere hätte mich auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt. Was kommt jetzt? Ein Pelipper. Sind wir schneller als... Pelipper ist langsam. Pelipper ist langsam, Leute. Aber schneller als wir. Aber er sitzt flügiger. Keine Tänke, wir halt locker. Eine Aquavelle wäre da vielleicht schon kritischer gewesen. Ja, ich glaube, eine Aquavelle hätte uns rausgenommen. Aber der Funkensprung nimmt ihn auf jeden Fall raus. What? Was? Er hat überlebt? Lol, ich sehe da kein Rot mehr. Holy shit. Wir haben einfach nur Argus-Bern, weil ich dachte, jetzt kommt der Dialog. Da hatten wir ein bisschen Glück, dass er nicht über Aquavelle gegangen ist. Holy shit. Ich sollte mehr aufpassen. Okay, immerhin haben wir dafür Lux auf Level 30. Das ist schon mal ganz nice. Februar ist immer noch nicht Level 27. Du bist so stark, ich steigst drin, die ich nicht kenne. Jo. What? Schon auf Level 30? Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. What the fuck? Das ist ja richtig gut gerade. Das ist ja übertrieben gut. Holy shit. Hä? Wieso denn schon auf Level 30? Ist ja weird. Okay, Kumumilch auf Lux. Jetzt passt der nachher auch besser, aber Lux-Tramen. Wir haben ja auch nicht noch irgendwas, was wir Dingens geben können. Unserem. Eigentlich schon, ne? Also wir haben auf jeden Fall mindestens schon mal den Seegesang. Ist halt besser als gar kein Item. Auf... Okay, da zu mir. Auch wenn das natürlich nicht viel wiederherstellt, aber... Ist besser als nichts zu tragen. Die Flinklaue könnten wir noch wem geben in der Theorie. Haben wir noch einen Platz frei? Oh ja, perfekt, Bronze. So, dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen Party weiter. Ich glaube, hier an den Rand konnte man nicht, ne? Genau, da war abgesperrt. So, hier waren wir ja schon mal. Dann geht's jetzt hier weiter. Ich möchte so stark werden wie ein Brecher Marinos. Ähm... Ja... Dann mach das doch. Okay, mit einem Azuril auf Level 27 wird das eventuell ein bisschen schwer. Aber... Kopf hoch. Kopf hoch. Ähm... Ja. Ne, ich verstehe sowas nicht. Leute, warum setzt ihr so eine Trainerin hier in die Arena? Ich meine, die ist ja ganz passend zum Person, aber... Dann setzt sie doch irgendwie vor die Arena oder sowas. Als NPC, den du beim Ansprechen dann bekämpfen kannst, wo sie so sagt, Oh, kannst du mit mir trainieren? Und dann denkt man sich, ach süß, die Kleine. Aber in einer Arena hat die doch nichts verloren. Die kommt doch nicht mal bis hierhin. Okay, jetzt kommt Azumaril. Das ist natürlich schon mal eine andere Kampfklasse. Allerdings sollten wir das auch One-Hit-KO... Nein, tun wir nicht. Ui, das Ding ist... Das Ding ist... Fett! Das könnte echt problematisch werden, weil eventuell... Nein, 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 das überlebt kein weiterer Gigasorger. Das Problem ist halt, wir haben halt nicht so viele Gigasorger. Und ich brauche die halt noch für den Arena-Leiter. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich will jetzt eigentlich nicht alle Gigasorger hier bei der Trainerin verschwenden. Level 27. Nice. Ich meine, hier in der Arena kommt der Heldie nicht zum Einsatz. Als Boot-Pokémon, ne? Kann man sich denken. Wir haben nur noch vier, ne? Dann wechseln wir an der Stelle mal raus. Auf Lux. Dann schauen wir, dass wir mit ihr hier das Meryl besiegen können. Was kommt? Wieder Wasserring? Blubstrahl. Was macht der Blubstrahl von einem Meryl? Nichts. Okay. Ja, doch. Ich glaube, das Blubstrahl hätte uns mit Blubstrahl auch ohne Crit gekillt. Wenn ich das jetzt so rekapituliere, anhand aller Werte, die wir hier gesehen haben, kann ich mir das durchaus vorstellen. Der Backstrike von Lux. Sieht einfach so Savage-Sayajin-mäßig aus. Ah, der ist auch viel zu stark. Ja, absolut. Okay, hier ist der nächste Angler. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich hier dran. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gelesen. Warum haue ich heute so oft gegen das Mikro? Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Sollen wir das Goldini einfach mit Schlammbombe besiegen? Ich will halt die KP auf, äh, die EP auf. Wenn ich das schon wieder sehe, ne? Dann bin ich wieder direkt... Ah, das war die richtige Entscheidung. Schlammbombe. Wie viel macht das denn? Ja. Boah. Ach du Scheiße. Die Animation dafür dauert ja ewig. Was habe ich da getan? Reschfliegel macht. Wie viel KP? Elf. Okay. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall gewinnen. Wie viel KP kriegen wir wieder? Von 6... Drei. Ja, ich meine, ist okay. Es sind jetzt schon 6 KP gewesen, ne? Und das ist halt nicht so schlecht. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich so 1 bis 2 wieder. Mrap. Mrap. Das Geräusch dabei ist so weird. Ja, 1 KP. Aber wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Und ein Garados. Okay. Das Ding wallt uns halt komplett weg. Also, von vorne bis hinten wallt uns das Ding einfach komplett. Wir können dem nichts tun. Dementsprechend wechseln wir einfach mal raus. In Luxra hat den Bedroher. Ist ziemlich nice. Und als nächstes kommt der Biss. Wären wir jetzt ein Unlichttyp, könnten wir das sehr gut tanken. Aber das macht ja eh nichts, merke ich gerade. Hashtag kühnes Wesen und Bedroher. Und der Funken-Sprung, du. Uiuiuiui. Der wird... Heiuiuiuiui. Der wird reinböllern. Tschüss. Garados ist ja echt cool. Aber Elektroattacken sind halt... Da ist halt Ende im Gelände. Da passiert dann nichts mehr. Ein Goldking. Ja, würde ich sagen, bleiben wir vertreten. Keine Lust, jetzt zurück auf Katatsumi zu wechseln. Aber ich überlege vor, vielleicht nochmal schnell... ins Poké Center zu laufen. Denn... Naja... Das Problem ist halt... Dass wir AP-Technisch sonst nicht so gut aufgestellt sind. Wir schauen mal, ob wir noch einen anderen Trainer erstmal finden. Äh... Hier muss ich nicht lang. Ich muss hier lang. Dann muss ich den Knopf drücken. Weil Orange heißt ja... Okay, ich glaube, wir sind... Hä? Das war der falsche Knopf. Moment. Ich muss den Knopf drücken. Was ein Prank, Alter. Dieser Knopf ist ein übelster Prank. So, dann können wir jetzt hier unten durch. Dann können wir hier lang. Ah, da ist nämlich noch ein Trainer. Wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg stehende hinfort. So bin ich eben drauf. Der... Die Musik von denen, wenn man mit denen spricht, ist so chillig, Mann. Ist richtig lustig. Ein Wingull. Wie viel weit sind wir eigentlich... Ach, gut. Dann reicht Kaffee zu mir nämlich noch Level 30. Nach diesem Kampf. Auch wenn wir jetzt auf Lux rauswechseln. Ey, da hab ich ja echt nicht gerechnet. Level 30 hier, das Ding schon zu Lux tra. Aber es ist lustig, dass mich das so wundert. Weil ich hab eigentlich einige Let's Plays gesehen, wo in Lux tra... Also ein Luxio, also ein, äh... Wie heißt nochmal? Die erste Entwicklung. Wow, ich hab den Namen der Vorentwicklung vergessen. Bin ich denn bescheuert? Ein Scheinux, danke. Ein Scheinux verwendet wurde und... Ja... Hätte ich eigentlich wissen sollen. Oh, ein Schallelos? Das ist aber noch nicht Typ Boden, ne? Das heißt, wir können hier weiter drin bleiben und Funken-Sprung drücken. Wann entwickelt sich Schallelos? Weiter. Das sollte ja auch bald sein, ne? Also irgendwie 32, 34, irgendwie die Ecke. Damit entwickeln sich ja die meisten Pokémon. Wobei, vielleicht entwickelt sich ja auch schon auf Level 30. Kommen aus der gleichen Generation, die Pokémon. Und also ist eigentlich gar nicht so weit weg gedacht. Das Ding ist schneller als wir. Das ist ein Problem. Die Aquarelle wird wehtun. Och, nee. Wir sind ein kühnes Wesen. Wir sollten auf jeden Fall tanken, wenn wir uns selbst verletzen. Ja. GG. Wir wechseln raus. Hoffentlich kann das Ding keine Psycho-Attacke. Wie er den Switch einfach perfekt prediktet. Okay, das macht einfach nichts. Ich dachte ja bis vor relativ kurzem tatsächlich immer, dass Entoron tatsächlich Typ Wasser-Psycho ist. Was er aber gar nicht ist. Er ist nur Typ Wasser. Das ist interessant, finde ich, bis jetzt. Ich dachte wirklich immer, dass er auch Typ Psycho wäre. So. Ja. Natürlich trifft er viermal. Dann wird er auch fünfmal treffen. Ja. Ist ja ein NPC. Ist ja nicht man selber. Da kann der auch fünfmal treffen von der Engine aus. Gut. Und nachdem wir ihn vollkommen abgesaugt haben, gehen wir, glaube ich, nur mal kurz zurück ins Pokémon-Center. Wenn wir denn vernünftig zurückkommen. Ich weiß es ja gar nicht. Ja, oh, Level 28. Nice. Matrose Toni. Diese Welle hätte nicht mal das Geschirr spülen können. Jawohl. Nice. Haben wir zwei Entwicklungen in der Aufnahme. Sehr schön. Sehr schön. Dann wird unser Katatumi jetzt zu einem mächtigen Gastrodon. Was aber bedeutet, dass wir es in der Arena definitiv nicht gut einsetzen können, tatsächlich. Weswegen es tatsächlich sogar viable gewesen wäre, diese Entwicklung abzubrechen. Denn der Bodentypus ist natürlich jetzt sehr suboptimal. So. Dann holen wir uns das Wasser jetzt hier hoch. Und sagen Hallo und sind direkt wieder weg. Denn wir wollen ja abhauen und uns richtig nice erstmal eine schöne Dingens gönnen. Wie heißt es? Eine schöne Heilung im Pokémon-Center. Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es? Wie heißt es?